Hallo liebe Astro-Freunde, eure Horoskope für den April sind jetzt online. Die Konstellationen sind verschmust und kreativ, aber Kopf und Herz sind sich nicht immer einig. Weniger diskutieren und mehr kuscheln ist der Tipp der Sterne. In der Neumond-Meditation geht es diesmal um Transformation und Erneuerung. Und in meiner Verlosung gibt es eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich freue mich über euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.